Jetzt haben wir die Prälude von Johann Sebastian Bach und erstmal ist das nicht in Maratho gespielt, sondern wahrscheinlich an Dante. In der Geschwindigkeit, so dass man üben darf, mitspielt während des Übens und danach würde ich das nochmal spielen, aber in Maratho-Geschwindigkeit. Los geht's! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020